Bahnsteig 5C bis E. Railjet 75 nach Graz Hauptbahnhof fährt an. Die 1st Class und die Business Class befinden sich im Sektor E. Attention please. Railjet 75 zu Graz Hauptbahnhof ist an der Platz von 5C bis E. Die 1st Class und die Business Class befinden sich im Sektor E. Die 1st Class und die Business Class befinden sich im Sektor E. Die 1st Class und die Business Class befinden sich im Sektor E.